Jo, willkommen zu diesem Video. In diesem Video wollen wir euch die kubischen Kanonenschläge von Beko vorstellen. In der Packung habt ihr 6 Stück und jeder Kanonenschlag hat 4,5 Gramm NEM. Insgesamt kostet die Packung 2 Euro, also wirklich nicht sehr teuer. Und wer mal etwas anderes als Böller haben will, kann sich die auf jeden Fall mitnehmen. Der Knall ist auch echt gut, aber jetzt reden wir nicht so viel und zeigen euch mal wie die aussehen. Kubi! Boah, da hinten ist schon wieder eine Batterie gezündet. Musik! So, als kleines Fazit, wir finden die kubischen Kanonschläge wirklich immer gut. Man kann sie für den Preis auf jeden Fall mal mitnehmen und sie knallen auch immer recht ordentlich. Wir hatten dieses Jahr nur zwei Fehlzündungen, wo der kubische Kanonschlag nicht richtig aufgegangen ist, aber ansonsten ist auch nichts passiert. Also ja, schöne Teile.